Was geht denn ab? Ich bin jetzt wieder Cake mit dem Tutorial-Kuchermaschen. Und heute spielen wir endlich mal wieder mal Skyrim. Ja, endlich zurück mit Skyrim-Videos. Das war richtig lang. Wenn ihr mich schon kennst, schon vor eine Weile, hatten wir eigentlich Skyrim gespielt. Und ja, da haben wir auch nicht so weit geschafft. Weil da ist mein Video vor allem schlecht geworden. Da könnte ich nicht mehr filmen zu verweilen. So glaube ich einen Monat. Und ja, da sind wir endlich wieder zurück. Und ja, ich habe jetzt eigentlich weiter gespielt derweil. Und eigentlich habe ich es schon durchgespielt, auch zu spielen vielleicht. Und ja, es fühlt sich endlich toll an, wieder mal Skyrim zu spielen, für euch zu filmen. Es ist endlich gut. Let's Play. Laufen wir nicht so rum. Fangen wir einfach an, bevor das Video kürzer wird. Und ja, das ist geil. Dann müssen wir verdammt noch mal so weit wieder rumlaufen. Und ich glaube, wir spielen jetzt einen Style-Quest, glaube ich, das ist jetzt. Für diese Frau muss ich erst echt... Wenn diese eine Frau ist, muss ich sie echt interessieren. Und ja, ich werde einfach... Wenn ich glaube, für Skyrim muss ich öfter so stoppen. So, dass die Video nicht so langweilig ist. Also werde ich jetzt gleich mal stoppen. Äh... 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 Das ist ganz im Sinne, endlich. Warte, warte, warte. Ich glaube nicht, wenn wir in diese Richtung gehen. Ja... Ich gehe einfach weiter. Da haben wir schon, okay. Und was ist unsere Quest? Finde... Beweise... Finde Beweise, okay. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist für Kaiserlicher oder... Und ja, ähm... Schade, dass ihr, ähm... Ja, ähm... Wir haben so Kriegshochsgeheim gehabt. Ja, wenn ihr wisst ja schon. Ja, ähm... Ich kann das nicht filmen, tut mir leid. Es war eine richtig große Schlacht und sowas. Tut mir leid. Das... Das ist nicht das erste Mal. Kann schon. Wir werden es später. Irgendwann auch. Und ja... Und ja, und Vater fragt meine, ähm... Dings ist... Ich glaube, das ist richtig. Ähm... Wie heißt das? Ja, mein Volk ist... Ähm... Wie sagen wir das? Kaiserlicher. Und ja, ich weiß nicht, was ich für Sachen habe und was ich nehmen sollte. Weil ich davonwelle, dass ich das gespielt habe. Ja, schon für einen Monat habe ich noch alles gern gespielt. Hm. 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 Okay. Oh, warum hab ich gedobt? Ich will nicht den Kopf... Judy. Hallo? Ich will nichts ma... Oh! 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 Du! 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 Kann ich dich töten? Ist das okay? Okay. Oh! Ich hab so viel Scheiß mit mir mit. Fuck! Kann niemand so viel sagen wie man nicht nehmen? Okay. Das kannst du es vielleicht erklären. Oh! Oh! Okay, ich hab das nicht so wichtig. Oh! 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 Lidia ist da okay. Nein, das kriegen wir never. Die haben ... Ah! Ich hab so auf dem Weg von Call of Duty... Nein, okay. Häpfen ist das okay. Puh, eigentlich werde ich nicht mehr hauen werden. Die Lady ist noch unterwegs. Ja. Ähm... Okay. Was ist das? Oh, gosh! Ah, ich will eine Spinne! Ah, ah! Ah! Nein! Catman 5 darf ich nicht sehen. Tut mir leid. Wie? Oh, mein Gott! Hey, das sind nicht alle ein Vater? Alle ein Vater ist von meinem... Willst du nicht verarschen? Das ist total nicht normal. Und dann könnt ihr euch erinnern, vielleicht, wenn ihr Minecraft meine Videos anschaut, so Minecraft-Videos... Könnt ihr euch erinnern, dass der, ähm... Catman 5 war ein Spinn, also... Ja, das ist sein Vater hier. Nein! Oh, mein Gott! Früher ein Level weiß ich doch nicht. War ich total stark. Ich hätte so zwei Sekunden töten können. Und letztens ja ein Herausforderer... Oh, mein Gott! Ich bin vergiftet! Oh, ich hab so einen Heilungsspruch... Ich hab so einen Heilungsspruch... äh... Erlauben... Mein Gott! Das war... Irgendwie gefährlich! Oh, Gott! Jesus, mehr! Uh oh! Hm, okay! What?! Oh, ich wollte dich nicht töten! Sieh, warum? Hey, ich will... Wo? Was? Wie geht denn hier vor? Ah, okay... Der... Leblangene... Der... Arsch... Dings... Glaube ich halt... Okay... Ah, das ist auch so lang... Fluss! Ist der Drau! Kann ich mich verstehen... Oh, Gott! Ich hab immer Hunger gezahlt! Ich hab so... Bauchkrüggeln! Ähm... Jedenfalls... In echtem Leben! Nicht auf dem Spiel! Nicht so weit! Ah, so würde ich einigen... Ah... Krieg ich die einfach... Nur weil... Weil wir das nicht mehr gemacht haben... Okay... Ich muss meine Hüfte mal in Schwung bringen wieder... Shake the booty... Ah ah... Shake the booty... Uh... Shake die booty... Shake die booty... Shake die... Komm her, soll ich dich deinen Arsch einstecken... Warte... Komm her, soll ich dann meine Schürte in den Arsch stecken... Mein Gott, ich bin ja arg... Okay... Kann ich nicht mehr erklären, wie ich zu oben kommen soll? Bin ich auch nur schwarzen, Digga... Ich schaff das Sprung nicht... Komm schon... Ich schaff das? Oh yeah... Oh... Oh, schau das an... Oh... Das ist geil... Weißt du, wie verarscht, ne? Weißt du, wie ein langweiliges Video sein... Nur um zu... Liri hat das schon... Scheiße, ich kenn das mal Deutsch... Mh... 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 Ich glaub, das sind viel zu viele Feinde, glaub ich... Normalerweise bei meiner Stufe... Sieben... Ah... 36... 37... Ist das überhaupt keine Herausforderung... Das ist nicht mein Kampf... Das ist mehr... Stechen, dann fertig... Mehr als eine Mehrlichkeit... Was? Nein... Oh... Willst du mich wirklich hier rausschmeißen... Oh, da gibt's andere Weg... Idioten haben das extra... Ich fühle dich an, ob ich jetzt ein Idiot bin... Skyrim... Das Intro von Skyrim... So einfach... Skyrim... So hüpfen... Ja... Das ist Skyrim... Das ist total normal Skyrim... Oh... Ich hab diesen komischen Schrei... Was ich schreien kann... Dann schreie ich... Wusst du... Kack... Oder... Nein... Wusst du... Das war's... Ah... 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 Hier haben wir's schon... Ok... Ähm... Ach... Ah... Oh... Ah... Oho... Ah... 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 Oh... Jetzt muss ich das Wiederholung anschauen... Ah... Oh... Oh... Oh Nein... Ok... Ah... Ah... Oh... Essen... Mmh, essen. Oh, shit, nein. Habe ich gemacht. Wein. Isst mein Schwein. Okay, ähm. Hey, du, magst du meine Messerkennung? Oh, ich habe neue Stufe gekriegt. Okay, was ist meine Schrei? Ich kann nicht immer so weiter machen. Oh, shit, ich habe vergessen. Ich bin ein schlechter Epinose. Ich bin fertig. Oh, okay. Okay, noch ein Schuss. Oh, fuck, was? Ah, du, hilft nichts. Vielleicht ein bisschen, okay. Ich duke mich einfach. Nur weil ich will. Äh. Oh, ich habe mich nicht erwischt. Okay, ein Schuss noch. Oh. Quipscope. Der war nicht mal. Oh, schau dir, Schuss. Oh. Oh, mein Gott, der arme Mann. Oh, mein Gott, ich bin zu arg. Was machen wir mit dieser arme Mensch? Okay. Ich bin mit die nämlich zu sterben oder sowas. Na, ich glaube ich war noch. Ja. Ich kenne so eine Mission von Skyrim. Die gehen immer weiter gehen, aber ich habe keine Lust dafür. Ja. Vielleicht kann man wieder mal zurück. Oh, schau dir Schuss an. Oh. 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 Ich habe ein Problem mit Köpfen. Und Genick. Das ist öfter so. Ja. Das ist das oft. Das ist das erste Mal. Und ja, mein Kiel heißt Eric. Hm. Okay. Ich habe zu gucken. Ich habe zu gucken. Um. Was ist Lydia? Oh. Oh. Wie bist du angekommen? Lydia, echt jetzt. Du bist langsam komisch. Ich habe nicht mehr Schätze hier. Ich glaube, es ist wahrscheinlich drinnen. Aber ich hoffe, es sei für das. Nein. Ich hoffe, es sei für das. Geh das raus. Sofort. Was ist das? Da. Ja. Äh. Abdenken. Lange. Okay. Ja. Und da müssen wir wieder mal Stopp machen. Es war glaube ich ein kurzes Video. 10 Minuten Video. Tut mir leid, dass es nicht so länger ist. Ich kann nicht länger filmen. Aber. Wenn es so kurz ist. Tue ich immer gleich wieder mal filmen. Weil ich als Kochmann filmen. Und. Ah ja. Stimmt. Das müssen wir hier machen. Ah ja. Ich. Egal. Wenn dir Video gefallen hat, hinterlassen einen Like. Und das war mal ein Video. Cool. Wieder mal Scam zu spielen. Wir werden mal dranbleiben. Was haben wir jetzt? Glaub ich. 3 Spiele zu spielen? Oh. Also Minecraft. Zu spielen. Call of Duty. Und. Ich gar nicht. Und. Ja. Und. Muss ich wieder mal sagen. Wenn dir Video gefallen hat, hinterlassen einen Like. Und das war wirklich cool. Mal wieder mal Minecraft zu spielen. Ich meine. Minecraft. Ich kenn Deutsch. Hinterlassen einen Like. War nicht so gut Deutsch. Und ja. Peace. Und. Isst Kuchen. Nehmt Kuchen in Brüssel. Lass Drogen. Warte was. was. арhbs. Kann.